Oh nein, hier rechts ist der Leuchtturm. Siehst du ihn? Ja. Wenn du dich da hinfragst... Nein, wir müssen den Weg runterlaufen, da verrecken wir mal. Shit! Shit! Ich habe doch gesagt, da verrecken wir mal. Warte mal. Ganz ruhig, Mann. Kannst du hier runtergletschen? Richtig, ja. Okay. Immer wieder Wertverdruck drücken. Yeah! Ich habe es geschafft, Bro. Ja, scheisse, ich habe es gewiss, ich bin tot. Bist du schon, Bro? Was ist los? Es hat mich von der Beine weggedruckt. Oh, scheisse! Es hat mich von der Verdrülle, ey. Komm, lachen! Komm, wir gehen überleben, du auch! Shit, weil ich jetzt aufgestanden bin, ich bin voll verkrüppelt. Nein, nein! Weil mir hast du eine 360 gemacht, Mann, Bro! Ja, eben. Ja, ich war es vielleicht, wie ich runtergeheipei. Es hat mich voll verschletzt und in einer Dreckswand. Schönen... Ja, sonst dran. ��h!